Ich heisse Sonja und ich bin Ende August 2014 aus der Ukraine nach Israel gekommen. Nachdem wir beschlossen hatten, nach Israel zu gehen, hatten wir sehr viele Dinge zu erledigen. Und wir fanden die Menschen, die uns helfen konnten. Der Kernei Söd hat uns mit den Flügen geholfen. Sie haben uns moralisch unterstützt. Sie haben gesagt, super, das müsst ihr tun. Ich bin glücklich, hier zu sein. Hier brauche ich mich nicht vor dem nächsten Tag zu fürchten. Ich weiß, dass ich hier leben, Hebräisch lernen und an der Uni studieren kann. Hier kann ich Arbeit finden und zur Armee gehen. Hier kann ich eine Familie gründen. Unser Leben geht nämlich weiter. Ja, ich habe Glück gehabt. Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020